Die nächste Tür zeigt uns von Matthäusgesöhninin Maria Haras. Die nächste Tür zeigt uns die Tür. Der Teichepa ist ein bisschen die Tür zu und dann ist es Teil für Sie. Die nächste Tür zeigt uns die Tür. Der Teichepa ist er auch ein bisschen. Die nächste Tür! Die nächste Tür! Die nächste Tür! Frei eins imí, viel eins imí Das war's für heute. Das war's für heute.